Dieses zu erwerbende sanierte Siebenzimmer-Einfamilienhaus liegt in Landau. Das im Jahr 1710 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 120 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 310 Quadratmetern auf. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 799.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020